Musik Also es war von mir schon lange Zeit einen Wunsch, diese vier großen Fagottkonzerte aufzunehmen. Es gab auch schon mehrere Anläufe, ehrlich gesagt, die dann irgendwie nicht funktioniert haben aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt beim dritten Anlauf eigentlich hat es nun endlich funktioniert und dann auch mit so einem sehr guten Orchester, wie ich finde, die alle sehr motiviert sind, die wirklich Spaß am Musizieren haben, offene Augen in der Probe, man lacht, man freut sich. Das ist nicht überall so. Und für mich war es ein Wunsch, diese Konzerte aufzunehmen, weil ich denke, dass gerade diese Epoche, dieser Weg, den wir jetzt eigentlich bestreiten von der Klassik über Hummel, der schon so ein bisschen früheromantische Tendenzen hat, bis hin zu Weber eigentlich, dass wir diesen Weg eigentlich zeigen und zeigen, dass diese Musik, gerade Weber, in dieser frühen Zeit, wo er dieses Werk geschrieben hat, eigentlich nicht so weit weg ist von der Klassik. Und das war ein spannendes Projekt und alle hatten Lust dazu. Und ich freue mich, dass wir das jetzt verwirklichen können. Musik Ich liebe einfach das Musizieren. Ich liebe den Kontakt mit dem Orchester. Und wenn man dann so eine fruchtbare Zusammenarbeit hat, wie hier in Herford jetzt für die neue Produktion mit den Fagottkonzerten, dann merkt man einfach, dass das einfach der schönste Beruf der Welt ist, wenn man einfach musizieren kann mit den Menschen und mit so einem Solisten natürlich noch dann dazu. neue Generationen an Dirigenten, jede Generation hat vielleicht ihre Mittel. Ich glaube, wir sind relativ demokratisch, also der Pult-Diktator, der existiert heute nicht mehr oder nur noch sehr selten. Es wird weit weniger als noch vor einigen Generationen mit dem Mittel der Angst gearbeitet, sondern wir sind, glaube ich, mehr darauf aus, die Leute zu motivieren, dass wir miteinander Musik machen, weil nur so kann es funktionieren, dass eben das ganze Orchester und der Dirigent und der Solist dann noch gemeinsam miteinander Musik macht. Die ersten Geigen, dass es nicht verspielt wird, klingt nicht... ... sehr streng, sehr deutsch. Also ich kannte Johannes vor diesem Projekt nicht und wir haben uns das erste Mal zusammen telefoniert, weil wir wussten, dass wir gerade bei dieser Aufnahme extrem unter Zeitdruck stehen. Also wir haben hier vier große Forgot-Konzerte, wir haben vier Aufnahmesessions, was eigentlich schon total verrückt ist, sowieso das in der Form zu machen. Man merkt es auch in den Proben, in den Aufnahmetermin. Man muss erst mal proben, dann hat man irgendwie zwei, drei Möglichkeiten, das irgendwie abzuliefern und dann muss das halt funktionieren. Und wir wussten das und wir haben uns zusammen telefoniert und wir haben sicherlich, also ich will nicht übertreiben, aber sechs Stunden, fünf Stunden am Telefon verbracht und haben gemeinsam diese Stücke durchgesungen, haben unsere Ideen ausgetauscht und haben uns vorbereitet, dass wir sozusagen hier wirklich mit einem Konzept herkommen, mit einer Idee herkommen. Und das war eigentlich von vornherein so, dass sowohl am Telefon als auch bei den Proben, die Dinge, die er sagt, die sprechen mir aus dem Herzen. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo wir eine andere Idee hatten. Und das ist selten, Musiker zu finden, die sozusagen aus einem Topf von Ideen, aus demselben Topf von Ideen greifen und dieselbe Vorstellung von Musik haben. Und das ist ein Riesenglück, das ist ein Riesenglück, das wir uns jetzt sozusagen getroffen haben. Und er ist ein Riesenmotivator, ein Riesenmusiker, der das auch schafft zu vermitteln. Es ist sehr, sehr schön, dass sich das so ergeben hat mit Johannes. Gerade bei solchen Aufnahmen ist ja immer die Gefahr, dass man das so auf Perfektion trimmt, dass dann am Ende so ein bisschen die Lebendigkeit verloren geht, weil man das Publikum nicht dabei hat. Und deswegen versuchen wir dann auch immer einfach längere Strecken auch am Stück durchzuspielen, dann wenn wir es dann genau gearbeitet haben und so weiter. Und da ist dann wichtig, dass man alles vergisst, was man davor im Detail gepuzzelt hat und dass man einfach sich der ganz musikantischen Liebe zur Musik hingibt und einfach das lebendig gestaltet. Und ich glaube, das ist was, was sich auch über Tonträger eben transportiert, dass man eben Freude hat an der Musik. Und wir haben natürlich jetzt eine CD aufgenommen, die einfach sehr musikantisch ist, sehr viel Freude an der Musik ausstrahlt. Und zwar alles auf ihre Art und Weise. Sowohl der Mozart natürlich, aber auch der Hummel, der ja Schüler von Mozart war und einfach diesen Schritt weiter in die Romantik geht und auch unglaublich wunderbar mit Kontrasten arbeitet und das Ganze unheimlich lebendig gestaltet. Und natürlich genauso Weber, der auch sehr viel Humor hat und wunderbare Farben ins Orchester einführt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020